Hier wird eine neue ca. 2060 m² große Bürofläche zur Miete angeboten. Sie befindet sich in Berlin. Das Haus wurde 2018 erbaut. Das Büro verfügt über einen Personenaufzug. Monatlich beträgt die Miete des Objekts 12 Euro pro Quadratmeter. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017